Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein Mann betet sein Gebet und er erhält nichts von diesem Gebet außer die Hälfte. Er ist nur so wenig demütig und konzentriert im Gebet und hat Gottes Fisch, dass er von seinem Gebet nur die Hälfte belohnt bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieser Hadith geht noch weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ein Mann betet und er erhält von seinem Gebet nur die Hälfte und ein anderer ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel, ein Neuntel, ein Zehntel. Manche, sie haben so wenig Demut, nur ein Zehntel von dem Gebet, von dem Lohn des Gebetes, wird auch wirklich sozusagen diese Person erreichen. Sie wird nur für ein Zehntel des Gebetes belohnt und in einer anderen Überlieferung und kein Zehntel. Also nicht mal ein Zehntel, das heißt wie viel? Gar nichts. Diese Person, sie bekommt überhaupt nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einem anderen Hadith, wer in seinem Gebet demütig ist, der erhält den vollen Lohn dafür. Das heißt, wenn du betest und du hast diese vier Säulen der Demut, erreicht dein Gebet es gültig. Jetzt kommt es aber darauf an, willst du Lohn für dieses Gebet oder nicht? Wiederholen musst du es nicht. Nicht, aber willst du, dass Allah sallallahu alaihi wa sallam dafür belohnt, dann schau auf deine Demut. Bist du nicht demütig im Gebet, so wirst du, dass du für dieses Gebet keinen Lohn bekommst. Du wirst nicht am Tage der Auferstehung kommen und dich fragen, wo sind meine Taten für dieses Gebet und für jenes Gebet. Hast du nicht. Du erhältst dafür keinen Lohn. Warum? Weil diese Demut in dem Gebet nicht vorhanden war.